So, auf geht's! 4, Florian Berger 4, 4, Florian Berger 4, Einsatzübung, Ruder Birken, Einsatzübung. Florian Berger 4, 5, 4, 1, kommen. Die Florian Berger 4, kommen. Frage, was nicht ankommen? In Ruder Birken, Einsatzübung, kommen. Ja, verstanden, 4, 1, aus, vor der Birken, kommen. Die Florian Berger 4, verstanden, Ende. So. Die Läufer kommt mal. Ja, fast vorneher, ihr fahrt. So, ein Berger 4, von der 1, von sich los. Die Florian Berger 4, kommen. Raus, Tänik, oder Bärken, nicht aus, da, vor Rücken. So, wiederholen Sie, kommt. Der 4, 41, 2, 4, 21, 2, raus nach Ola Börsel, mit 9 Mann, kommen. Hier bleibt noch das hier, verstanden, Ende. Wird nennen, ne? Blaulicht auch aus. Sicherung kaputt. Guck's mal auf. Ne, ist aus. Hier ist noch ein Berger 4, kommen. Frage, Anfahrtswäsche, kommen. Fahren Sie über Grünschad, Röderhof, an, kommen. Ja, 4, 23, 3, 4, 1, von sich, 3, raus, kommen. Hier ist Leuerberger, 4, verstanden, Ende. So, ja, Berger 4, von 4, 1, kommen. Hier ist Leuerberger, 4, kommen. Die Fahrzeuge, 4, 11, 4, 23, 1, 4, 23, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 1, 3, 1. Oh, das ist gut. Boah. Oh, das ist gut. Boah. 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 In Brunschat In Brunschat Brunschat In Brunschat Bude In Brunschat Bude Brunschat In Brunschat Bude Der Nebelglanz ist oben an der Garage. 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 Der Aufladen wird schneller. Unter der Voraussetzung, dass der Aufladen auch eine Drehleiter stationiert ist. Der Nebelglanz ist oben an der Garage. Die Drehleiter soll am A Block von der anderen Seite am Zimmer 636 anleitern. Und der soll am B Block 636 anleiten. Also damit wir uns rechts verstehen, wo die da oben steht, ist 636. Da bin ich gerade eh nicht wahr. Auf der anderen Seite ist es nicht wahr. Da muss der Pfahl auch hin. Pfahl mit dem Schild. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Pfahl mit dem Hydrantenschild. Und im Fußweg steigen. Für den Einzelnen Hydranten, das Platten geht. Mit Treppe. Und Blumen links links. Ich stehe mit Treppe und Blumen links rechts. Alles schon weg. Herr Faschen, dann können wir da oben mal ein großes Ard rüber machen. Also über die einzelnen Treppen. Ja, also die ganzen Treppen würde ich denn noch beim Leicen lassen, so wie Sie die Frage sagen. Ja. Ja. So. Hier. Der Lüge. Ja. 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 Elche war dir los. Ja, das war so.